Herzlich Willkommen bei TINK. Heute zeigen wir dir, wie du problemlos deine dimmbare Osram Paar 16 Reflektorlampe bei dir zu Hause installieren kannst. Alles, was du dafür brauchst, ist schon in deinem Paket enthalten. Schauen wir also einmal in dein Päckchen. Hier haben wir eine Gebrauchsanleitung und natürlich deine Lampe selbst. Und das war's auch schon. In diesen kurzen Schritten hast du dein Smart Home Produkt installiert. Als erstes holst du die kleine Metallklammer aus der Lampenhalterung, um die Glühbirne dann in die Halterung zu stecken. Dann klemmst du die Klammer wieder drauf. Nun schraubst du die Stromweiterleitung an die Lampe und die kleine Plastikhöse auf. In diese zwei Löcher hier kommen später die Leitungen. Nun kommen wir zur Metallhalterung, die mit einem Ende an die Lampe und mit dem anderen Ende an die Plastikhöse geklemmt wird. Ist das passiert, kommen wir nun zu deiner App. Gehe in deinen App oder Google Play Store und lade dir die Osram Lightify App herunter. Registriere dich in der App und erstelle dir dein ganz persönliches Konto bei Osram. Wie für alle anderen Osram Geräte auch, brauchst du auch hier dein Gateway zur Kommunikation bzw. Weiterleitung. Stecke dies also ein und verbinde es dann in der App mit deinem neuen Gerät. Installiere nun dein Gerät und stelle es ganz nach deinen Wünschen ein. Tink doch mal nach. Die Osram Reflektorlampe kannst du per App ganz beliebig steuern und per Zeiteinstellung so einsetzen, dass sie zum Einschlafen automatisch ausgeht und sich morgens wieder anschaltet. Nicht nur praktisch, sondern auch ein wahrer Stromsparspezialist. Durch die Funktion der Dimmbarkeit hast du auch noch die Möglichkeit, die Intensität des Lichtes zu bestimmen. Tink wünscht dir jedenfalls viel Spaß mit deinem neuen Smart Home Produkt von Osram und sagt bis zum nächsten Mal.